Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die früher einmal das Rad erfunden haben. Bis ihnen die Erfindung irgendjemand weggeschnappt hat. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki-Banoki mit Late Night aus Wiesbaden. Und wir machen unser Speed-Matte-Battle 30 Sekunden lang. 30 Sekunden ab jetzt. Der Christian fängt an. Christian, 13 plus 54. 67. 14 mal 3. 47. 17 durch 2. 8,5. 90 geteilt durch 3. 41 mal 5. 205. 8 mal 7. Stopp. 56. 56. Ja. Beim, beim, wichtig ist beim Ende. Am Ende. Weißen die Hunde. Am Ende knallt die Peitsche. Hinten stechen die Bienen. Ja, schade Christian zu dem. Keine Ahnung. Schade Daniel. Ihr verloren. Naja. Gut. Irgendwann. Irgendwann kriegst du es schon hin. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Battle. Tschüss. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.